Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy & Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du hier bist, denn heute gibt es ein sehr inspirierendes Interview mit Veit Lindau. Und vielleicht kennst du Veit schon, Veit ist Experte für Spiritualität und Selbstverwirklichung und einer der Menschen, der dieses Thema auf seine ganz eigene, sympathische Art und Weise angeht, mit einem ganz positiven, ja wie soll ich sagen, mit einer ganz positiven Energie und ich würde sagen auch immer mit so einem leichten Augenzwinkern dabei. Und Veit hat ein neues Buch geschrieben, Genesis, die Befreiung der Geschlechter, wo es darum geht, wieder Frieden zu schaffen zwischen der weiblichen Energie und der männlichen Energie. Und in diesem Buch lädt er eben dazu ein, dass wir uns wieder miteinander versöhnen, also sowohl tatsächlich im Außen, Mann und Frau, aber auch in uns selbst das Männliche und das Weibliche wieder miteinander versöhnen. Und darüber dazu beizutragen, dass viele, viele, viele von den Themen, von den Problemen, die wir hier auf dieser Welt haben, gelöst werden können. Denn viele Probleme entstehen genau dadurch, dass es dieses Ungleichgewicht der Energien gibt. Und genau darum geht es nämlich in dieser Folge, ich spreche mit Veit darüber, warum der Welt diese weibliche Power gerade fehlt. Und warum dadurch so viele Probleme entstehen, die wir heute auf der Welt haben und die darauf zurückgeführt werden können. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, diese weiblichen und männlichen Qualitäten, also das Ying und Yang, auch in sich selbst wiederzufinden und zu integrieren und zu heilen. Und weder das eine noch das andere abzulehnen, denn beides ist in uns. Und wenn wir nur einen Teil davon leben, dann fehlt uns immer die andere Hälfte und dann werden wir auch nie vollkommen in unserer ganzen Power sein. Und wir sprechen auch darüber, wie zum Beispiel die Geschichte, Stereotypen und das Patriarchat unsere Geschlechterrollen geformt hat. Und wie das heute eben auch noch unser Denken und unser Handeln beeinflusst. Und warum es so unglaublich wichtig ist, dass wir wirklich einander zuhören und auch zu fühlen, welche Rolle Vergebung im Umgang mit den Geschlechterrollen hat. Also es ist ein unglaublich spannendes und inspirierendes Interview und auch eins der Themen, die mich in diesem letzten Jahr wahnsinnig beschäftigt haben. Und wo ich auch immer mehr merke, dass es extrem wichtig ist, dass wir da alle den Dialog finden und auch vor allen Dingen bei uns selbst anfangen, das Ying und das Yang wieder zu integrieren, zu heilen und in uns zu feiern und zu zelebrieren. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Und bevor es gleich losgeht, freue ich mich natürlich immer, wenn du nach der Folge bei mir bei Instagram vorbeischaust, at Laura Marlina Seiler und mir deine Gedanken zu der Folge da lässt. Und dann habe ich noch zwei wundervolle Neuigkeiten. Und zwar das erste ist, der Podcast feiert Geburtstag. Am 3. Juli werden wir eine gute, eine richtig gute, aber auch große Online-Geburtstagsparty feiern, wo du eingeladen bist, kostenlos. Du kannst dich anmelden, es wird ein Online-Event werden, wo wir meditieren werden, wo wir gemeinsam einen Podcast aufnehmen werden, wo es eine Q&A-Session geben wird, wo es einen Special Guest gibt, wo es Musik geben wird. Also sei da unbedingt dabei. Es wird ein richtig schöner Happy, Holy & Confident Evening, Night Party, Birthday Celebration. Und du kannst dich kostenlos auf die Gästenliste schreiben. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und dann haben wir im letzten Jahr im Hintergrund ganz, ganz fleißig bei uns zu Hause quasi aufgeräumt im Higher Self Home. Das Higher Self Home ist mein Herzensprojekt, wo es darum geht, dass es ein Online-Mitgliederbereich ist für moderne Spiritualität, wo du dich anmelden kannst und wo es jeden Monat ein neues Thema gibt, einen Fokus gibt, den wir gemeinsam bearbeiten, besprechen, wo es eine Live-Session mit mir gibt, eine Q&A-Session mit mir gibt, wo wir uns austauschen, wo du die Community hast, wo du ein Workbook bekommst, eine exklusive Meditation und wo du wirklich für dich einfach jeden Monat ein bisschen weiter auf deinem eigenen Spiritualitätsweg, auf dem eigenen spirituellen Weg gehen kannst. Und ich freue mich riesig, wenn du vorbeischaust, denn ab dem 26. April ist das Higher Self Home fertig renoviert, sieht komplett neu und fresh und wunderschön aus. Und du findest natürlich weiterhin da drin auch die Mediathek aus über, ich glaube, fast 30 Live-Sessionen aus den letzten drei Jahren mit ganz viel Input zu den unterschiedlichsten Themen. Das wollte ich dir noch da lassen und auch dazu findest du natürlich den Link in den Shownotes. Und wir haben auch definitiv jetzt ab dem 26. April ein Special Offer. Das heißt, schau da einfach mal vorbei, ob sich das für dich richtig anfühlt. Das sind tausende Menschen, Teil im Higher Self Home und das ist wirklich eine wunderschöne Community. Also wenn du auch gleichgesinnte Menschen suchst, die sich ähnlich wie du für Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung begeistern, dann ist das dein Place to be. Also ich freue mich auf dich und jetzt geht's los mit dem Interview mit Veit Lindau. Ganz viel Freude dabei. Deine Laura. Ich freue mich so sehr, heute einen Mann hier im Interview zu haben, den ich schon so lange quasi kenne und der sich schon mit dem ganzen Thema beschäftigt. Da bin ich wahrscheinlich noch, ich weiß gar nicht, im Kindergarten rumgelaufen. Und ja, Veit Lindau, du bist einer so der Pioniere in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich für Spiritualität, für Persönlichkeitsentwicklung. Und ich freue mich so sehr, dass wir uns hier jetzt austauschen können und schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Es geht mir ähnlich. Also unsere Wege haben sich ja quasi permanent gekreuzt. Und ich freue mich auch ganz doll darauf, dich persönlich kennenzulernen. So schön. Und also der Grund, warum wir hier heute sprechen, ist, finde ich, ein total schöner, gerade weil du ein Mann bist, ich eine Frau bin und ich mich total auf diesen Dialog freue. Denn du hast dich in den letzten Monaten oder im letzten Jahr ganz intensiv mit Geschlechterrollen auseinandergesetzt, mit der weiblichen Kraft, mit der männlichen Kraft und ein fantastisches Buch darüber geschrieben, was jetzt auch da ist, quasi seit dem 1. April. Und erzähl mir mal ein bisschen, vielleicht können wir zurückgehen an den Tag, wo dir die Idee gekommen ist, darüber ein Buch zu schreiben. Dem weiß ich ja allerdings noch ganz genau. Aber vielleicht ganz kurz vorweg möchte ich sagen, dass es eigentlich ein Witz ist, ein schöner Witz ist, dass ich dazu gekommen bin, solche Bücher zu schreiben, weil ich, was das betrifft, glaube ich, immer eher so ein typischer Mann gewesen bin, der bestimmte Themen so abgehakt hat als Frauenthemen. Und wir haben sich aber wirklich so regelrecht aufgedrängelt. Und dieses Buch ist in einem Traum zu mir gekommen. Also wenn ich träume, weiß ich so relativ genau, ist das jetzt ein Traum, wo es um mich, um meine Psyche geht, oder ist das so ein archetypischer, kollektiver Traum? Und in dem Traum habe ich die Erde brennen sehen, also wirklich richtig so von oben. Ich habe diese vielen, vielen Feuer gesehen, die Umweltfeuer, aber auch die kleinen Feuer in unseren Beziehungen, in unseren Familien. Also all die Stellen, wo Menschen auch wirklich ausbrennen. Und die Message, und das war wirklich wie eine Stimme in dem Traum, war, schau hin, diese Erde brennt, weil der Thron der Königin leer ist. Und ich bin wach geworden und das hat mich ganz, ganz tief umgegraben und berührt. Und ich habe dann in der Meditation gefragt, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Und dann kam also ganz klar, geh raus, geh raus und lade die Königin ein, wieder diesen Thron einzunehmen. Und das ist natürlich immer ein bisschen tricky, wenn man als Mann anfängt, auf Frauen zuzugehen. Und was ich nie wollte und auch immer noch nicht wollte, ist Frauen sagen, hey, ihr müsst das so und so machen. Aber wirklich als Mann zu sagen, ich sehe wirklich, dass diese Power fehlt, diese weibliche Power fehlt diesem Planeten und sie fehlt mir persönlich auch als Mann. Das war so der Ursprung. Und dann bin ich eingetaucht, das ist jetzt, glaube ich, fast drei Jahre her, immer tiefer an das Thema und habe gemerkt, das hat so, so viele Schichten. Ja, es hat eine gesellschaftspolitische Geschichte, es hat eine archetypische Schicht in uns allen. Also ich bin in dieser Zeit ganz stark mit meinem verwundeten König in Kontakt gekommen, aber auch wirklich mit meinen weiblichen Anteilen. So fing das an. Wow, so spannend, weil vielleicht für alle, die jetzt auch erst mal denken, so Weiblichkeit, Männlichkeit ist doch irgendwie alles okay. So ungefähr, ich finde es so spannend und freue mich auch wirklich darauf, dein Buch zu lesen, weil es so ein Thema ist, wo ich auch immer wieder denke, du beschreibst es so schön mit diesen Feuern auf der Welt. Ich glaube, viele der Probleme, die wir heute auf der Welt haben, ist, weil die Frau so entmachtet wurde in ihrer wahren Weiblichkeit, in dieser Kraft, die wir einfach haben. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass du das auch so darstellst, dieses, wenn eben du quasi nur das männliche Element und das auch nicht in seiner positiven Kraft in der Macht hast, dann gerät alles ins Ungleichgewicht. Und das, worum es ja geht, ist ja sowohl die positive männliche Kraft als auch die positive weibliche Kraft beide ja wieder zu empowern und beide wieder, wie du sagst, auf den Thron zurückzubringen, damit wir da eben eine vollkommen neue Realität für uns erschaffen können. Also erzähl mal, leg los, tauch gerne ein mit uns in das Thema. Vielleicht kannst du, du hast es gerade schon gesagt, es gibt ganz viele unterschiedliche Schichten quasi. Es gibt das Archetypische, es gibt ja auch wirklich dieses Historische. Ich meine, wenn wir uns angucken, also wenn wir uns allein das Mittelalter angucken und wie die Frau da quasi entmachtet worden ist in ihrer Weisheit, in ihrer Weiblichkeit, das ist ja einfach so grausam gewesen. Allein diese Zeit, aber ist wahrscheinlich egal, welche historische Epoche wir uns angucken würden. Welche Erkenntnisse hattest du da für dich? Also wie ist quasi der Status quo gerade, wenn man sich anschaut, wie sich die Geschichte entwickelt hat? Ich glaube, dass wir in einer sehr, sehr spannenden Zeit leben, weil wir endlich darüber sprechen dürfen. Punkt Nummer eins, weil zweitens Frauen gerade, ich sag jetzt mal, sehr mächtig aus der Kurve kommen. Also Feminismus, MeToo-Debatte. Was mir persönlich bis hierher gefehlt hat, und das ist so mein Herzensanliegen mit dem Buch, ist ein Ansatz, der die Männer wirklich in Freude an den Tisch bringt. Also eben nicht mit dem Zeigefinger oder nicht nur mit dem Zeigefinger, auch nicht nur durch den subtilen Druck einer Ehefrau, die sagt, du musst dich jetzt damit beschäftigen, sondern meine Frage war, wie kriege ich einen Mann, wie kriege ich mich dazu, mich auf eine neugierige, begeisterte Art und Weise mit diesen Themen zu beschäftigen. Und das wiederum hat mich dann zurückgeführt in die Geschichte und nochmal genauer zu untersuchen, was hat denn Patriarchat mit beiden Geschlechtern gemacht? Und ich erzähle in dem Buch die Geschichte des Patriarchats aus zwei Perspektiven und ich fange de facto ganz früh an, also bei der Geburt des Kosmos, weil das ist für mich eigentlich die spannendste Perspektive überhaupt, egal wie verschieden wir sind. Wir sind alle Kinder dieses ersten Lichts und wir sind alle Kosmos. Also jetzt gerade dieses Gespräch ist Kosmos, der sich unterhält, der sich in unseren zwei Formen versucht, noch tiefer zu erkennen. Und ich persönlich finde, wann immer ich diese Perspektive einnehme, habe ich viel mehr Lust, mich auch mit den Problemen zu beschäftigen, weil dann gucke ich nicht mehr so, da bin ich nicht mehr so drin, sondern ich gucke von drüber. Also ich stürze jetzt einfach hier rein in das Thema. Was vielleicht wichtig ist für die Menschen, die das jetzt gerade hören, also wenn ich vom weiblich und männlich spreche, meine ich nicht Mann und Frau, sondern Qualitäten, die jeder von uns auch nachvollziehbar entwickeln kann. Und das ist mir wichtig, weil das zu Recht werden Frauen ganz oft so getriggert, wenn ihnen gesagt wird, so muss eine Frau sein etc. Mir geht es darum zu sagen, was sind denn eigentlich so Qualitäten? Zum Beispiel weiblich ist für mich rezeptiv, ist empfänglich, ist die Verbundenheit von allen Dingen zu spüren. Und das fehlt einfach. Und wir fucken dieses Experiment einfach ab. Das heißt, wir Männer müssen schon allein, wenn wir überleben wollen, daran interessiert sein, diese Qualitäten wieder mehr einzuladen. Und das Spannende für mich ist an weiblichen Qualitäten, dass sie eingeladen werden müssen. Also im Gegensatz zu Logos vom Mann, also die männlichen Qualitäten, die einfach genau wissen, wie sie Raum nehmen, wie sie sich Platz machen und so weiter. Du hast gerade vom Mittelalter gesprochen. Ich finde, wir leben an manchen Stellen immer noch fast im Mittelalter. Es ist nur höflicher, zivilisierter geworden. Und wenn ich sehe, wie viel Frauen kämpfen müssen, schieben müssen, damit ihre Perspektive überhaupt wahrgenommen wird, respektiert wird, und auf dem Weg dahin, wie oft Frauen dann eben eher männlich werden müssen, damit sie überhaupt gehört werden. Und für mich, dieser weibliche Pol in uns, der braucht Raum. Und wo in unserer Gesellschaft haben wir schon Raum, weißt du, dass zum Beispiel eine Frau wirklich eingeladen wird, zu sprechen und nicht erst drum kämpfen muss, dass die Quote in ihrem Unternehmen eingehalten wird. Ich finde den Punkt auch so wichtig, dass du sagst, dass es nicht um dieses reine Mann-Frau-Sein geht, sondern dass es darum geht, die Qualitäten, männlichen und weiblichen Qualitäten in sich selbst wiederzufinden und auch beides zu ehren. Also weder das eine noch das andere abzulehnen. Und ich finde auch den Punkt sehr wichtig, den du gesagt hast. Das ist auch was, was ich immer wieder beobachtet habe, dass Frauen denken... Jetzt ist hier gerade ein Buch neben mir runtergefallen. Okay. Es geht um Geld. So ein Geld-Ratgeber. Dass Frauen denken, dass sie quasi nur mit dem verstärkten männlichen Anteil dann wiederum Erfolg... Also dass wir denken, dass nur mit dem verstärkten Männlichen, dass das Erfolg bedeutet. Und ich glaube, was so spannend ist, was du eben ja auch sagst, ist, dass es genau das eben nicht ist, sondern dass es ja eher darum geht, dass die wahre Erfüllung ja darin liegt, wie halt Ying und Yang, beides in sich selbst wieder vollkommen zu vereinen. Wo fangen wir an? Also wie kann man jetzt gerade auch aus der männlichen Perspektive, ich finde das ganz spannend, dass du ja auch sagst, dass du auch gerade das Patriarchat von zwei Seiten angeschaut hast. Ich fände das ganz spannend. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, wie das vielleicht aus der weiblichen und aus der männlichen Perspektive unterschiedlich vielleicht auch wahrgenommen oder einen unterschiedlichen Effekt hat. Ich finde ein cooler Start in die Thematik ist zu realisieren, dass wir alle damit ein Problem haben, ob wir wollen oder nicht. Und gerade, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich nehme wahr, dass im psychospiratischen Kreisen so gern so drüber gebügelt wird, so nach dem Motto, hey, wir sind alle ein göttliches Selbst und wir haben noch das Problem gar nicht mehr. Wir sind auch das Ergebnis von Geschichte. Unser Denken ist geformt worden durch Geschichte. Also nimm mal nur so ein krasses Detail, dass unsere Sprache einfach über so viele tausend Jahre hinweg männlich war, also brutal männlich war. Und ich beschäftige mich ja meiner Arbeit ganz, ganz viel damit, wie formt Sprache die Wahrnehmung von Realität? Das heißt, wir sind alle strukturell geblendet worden, selbst wenn ich das als Mann vielleicht an manchen Stellen noch gar nicht wahrnehme. Also ich habe das Gefühl, bei Frauen ist der Leidensdruck viel höher. Männer gucken ganz oft noch und denken, was ist eigentlich das Problem? Ich höre dir jetzt ein bisschen zu und dann ist die Sache schon erledigt. Und es greift wirklich so, so tief. Also es greift zum Beispiel so tief in die Frage, wie begreife ich als Mann oder Frau meinen Wert? Also zum Beispiel als Mann lernst du einfach, dass dein Wert daran besteht, zu funktionieren, tough zu sein und so weiter. Und ich habe das alles gelernt. Also ich kann unglaublich tough sein. Ich kann super gut funktionieren. Ich weiß genau, wie es ist, wenn ich auf den Tisch haue, mir Raum nehme. Das habe ich drauf. Aber zu was für einem Preis? Also wenn ich zum Beispiel Kinderfotos von mir sehe, mit drei, vier Jahren, dann sehe ich da eine Zartheit drin, eine Verspieltheit, eine Verträumtheit, die ich mir abtrainiert habe in dieser Zeit. Und also das ist für mich ein spannender Punkt, anzufangen bei, wo betrifft es mich persönlich selbst. Also ich bringe noch ein Beispiel. Andrea, meine Frau ist, würde ich sagen, eine wirklich schon sehr bewusste Frau. Und zu beobachten, wie sie, basically führt sie unsere Company, darum ringt, einen weiblichen Führungsstil zu entwickeln, also wo sie nicht mehr schieben muss, wo sie nicht mehr kämpfen muss, wo es nicht mehr hierarchisch sein muss und damit an ganz vielen Stellen ein komplettes Neuland vordringt, weil es das einfach überhaupt noch nicht gibt. Das ist ein Thema, was in unseren Kleinfamilien passiert. Also wie schnell sich da einfach Machtstrukturen einstellen, die wir gar nicht mal als Machtstrukturen sehen, sondern denken, das wäre völlig normal, dass die Frau jetzt diesen Job übernimmt und der Mann diesen Job und so weiter und so weiter. Also wenn wir da jetzt mal hinkommen und sehen, wir sind alle ein Ergebnis von Geschichte, das Buch heißt Genesis, weil für mich sind wir alle Genesis im Progress. Das heißt also, wir sind eine offene Baustelle, wir dürfen uns weiterentwickeln. Und dafür ist es aber sinnvoll, erst mal anzugucken, wie wir hierher gekommen sind und wie sehr uns diese 10.000 Jahre Patriarchat auch in unserer Kreativität verstümmelt haben. Und das zweite Thema ist für mich, und das ist ganz aus meiner Sicht so wichtig, Vergebung. Also zum Beispiel Andrea und ich, wir haben lange Zeit gedacht, ja okay, wir haben unsere persönlichen Themen miteinander, wir heilen das, aber auch hier würde mich mal interessieren, wie ihr das erlebt in eurer Partnerschaft. Also wir haben festgestellt, je mehr wir uns eigentlich vertraut haben, umso mehr kamen so wie alte Sedimente an die Oberfläche. Also plötzlich kam Andrea an eine Schicht von Verachtung und auch von Misstrauen gegenüber Männern, wo wir beide gemerkt haben, das geht jetzt gar nicht mehr um mich, sondern hier ist eine uralte Wunde aufgebrochen. Und ganz viele Beziehungen, ich glaube, unterdrücken diese Wunde oder stimulieren sie so, immer noch so mikromäßig, anstatt zu sagen, lass uns das mal genau anschauen, lass uns das miteinander heilen. Das ist so ein spannendes Thema. Wir haben ja im Vorgespräch, habe ich dir kurz erzählt, dass es für mich dieses Jahr auch so spannend war, also tief transformierend auf so vielen Ebenen, vor allen Dingen auch im Hinblick auf meinen Blick auf Männer, aber gar nicht meinen, also Lauras Blick, sondern den Blick, den ich über Generationen auch von den Frauen in meiner Familie gelernt habe, über Männer. Also von meiner Urgroßoma über meine Oma, über meine Mutter und wo ich dann irgendwann auch gemerkt habe, so holy shit, also ich will das überhaupt nicht denken, aber es ist wie so in mich so reingeprintet quasi, wie so ganz automatische, also auf Männer kann man sich nicht verlassen, man muss alles selber machen und so weiter, so diese Stereotypen, die meine Urgroßmutter so krass gelebt hat, meine Oma so krass gelebt hat und wo ich in diesem Jahr gemerkt habe, so auf gar keinen Fall will ich mein Leben so führen und was bei mir, genau wie du sagst, ich habe so viel Versöhnungsarbeit dann gemacht sozusagen mit den Männern von meinen Vorfahrinnen quasi, weil ich gemerkt habe, da ist so ein Hass und so eine Verachtung, also so richtig tief und ich fand das richtig krass, wie das auch heute in mir noch gewirkt hat, wie das heute meine Entscheidungen beeinflusst hat wie ich handel und das zu sehen, auch die Mut zu haben, finde ich, da hinzugucken, ohne Vorwurf, sondern einfach zu sehen, wow, wow, okay und dann plötzlich versteht man ja viel mehr, deswegen finde ich das so spannend, dass das bei euch in der Beziehung dann noch ähnlich war, dass da so alte, und bei Männern ist es ja oft ähnlich, vielleicht kannst du da auch nochmal drüber sprechen, hast du vielleicht von deiner Seite da auch das Gleiche, vielleicht sogar andersrum oder vielleicht sogar auch mit dem Mann sein, weil das Spannende bei mir war, ich habe das ja nicht nur auf der Mann Seite, sondern ich habe das auch auf der, sozusagen auf der anderen Seite, auf der Frauenseite, dass man irgendwie denkt, was ich vorhin meinte, dass eben gerade diese wahrhaftig weibliche Qualität gar nicht gelernt werden darf, weil die Frauen in meiner Familie, gerade mütterlicherseits, versucht haben, der stärkere Mann zu sein und dabei komplett ihre Weiblichkeit verloren haben. Wie war das bei dir? Also erstmal macht es mich gerade total happy, ich freue mich über jede Frau, die in Kontakt kommt mit dieser Schicht und sie integriert, weil ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass sehr viele Frauen, also so auch, weißt du, so reinkonditioniert werden in eine Image von, ich bin die Verständnisvolle, ich bin die Offene, ich bin die, die auf den Mann zugeht und dass ganz viele Frauen gar nicht mitkriegen, dass darunter in der Tiefe eine massive Verachtung ist. Und ich will das gar nicht abstreiten, also deswegen ist mir auch der Part Geschichte in dem Buch so wichtig, also wenn wir uns anschauen, was in den letzten 10.000 Jahren passiert ist und was Frauen erleben mussten, ist es für mich überhaupt kein Wunder, dass es diese Verachtung in der Frau gibt, aber solange die halt nicht auf dem Tisch ist, wirkt die wie so ein Eiter aus der Tiefe und du wartest eigentlich nur förmlich darauf, dass der Typ, mit dem du jetzt gerade zusammen bist, dass er es wieder bestätigt. Und wie ist es für Männer? Also logisch haben Männer auch ganz viele Vorurteile. Also bei Männern habe ich ganz häufig das Gefühl, dass sie vielleicht sogar erst mal offenkundig mit dem Thema von, weißt du, Verachtung in Form von irgendwelchen flapsigen Witzen über Frauen, die ja so emotional sind, bla 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 kommen und dass sie aber eigentlich in der Tiefe, also wann immer ich mit Männern so richtig tief in Männerarbeit mache, eigentlich einen Minderwert haben Frauen gegenüber, weil wir bestimmte Dinge, also nimm mal zum Beispiel die emotionale Versorgung von uns selbst, das haben Männer einfach nicht gelernt. Das heißt, Männer, die ihre weibliche Seite unterdrücken und das machen fast alle Männer, müssen zwangsläufig so viel auf die Frau projizieren. Also was die Frau für uns bedeutet, was durch die Frau kommen muss und das ist so eine Mischung aus, wir bewundern sie krass dafür und gleichzeitig ist da aber auch vielleicht so, ist ein starkes Wort, aber eine Art von Hass, dass wir in dieser Abhängigkeit sind. Und definitiv kann ich sagen, dass Männer in diesen 10.000 Jahren auch ihren Preis gezahlt haben und deswegen, also im zweiten Teil des Buches erzähle ich das Patriarchat quasi aus, ich will nicht zu viel verraten, aber aus zwei völlig verschiedenen Perspektiven und es ist dieselbe Geschichte und im Augenblick wird in unserer Gesellschaft hauptsächlich die eine Geschichte erzählt, die wichtig ist, absolut wichtig ist, aber die andere Geschichte, was Männer für einen Preis gezahlt haben, auch wiederum initiiert durch Frauen, also Frauen sind nicht nur Opfer in der Geschichte gewesen und Männer haben bis heute, da bin ich mir absolut sicher, noch nicht mal realisiert, wie groß der Preis für uns gewesen ist. Also wir sind eigentlich noch so dabei, weißt du, so stolz, machohaft diese alten Rollen zu verteidigen und wir sehen eigentlich gar nicht, wie sehr uns, was die uns gekostet haben. Guck mal, ich bin jetzt, wie alt bin ich jetzt, 52, ich glaube, ich habe bis, ach, bis fast 40 gebraucht, bis ich realisiert habe, ich kann mich nicht wirklich um mich selbst sorgen. Also, klingt jetzt vielleicht krass, aber ich meine, ich kann weltlich total für mich da sein, ich kann jagen, ich kann Erfolg kreieren und so weiter, aber in dem Moment, wenn sich die Frau an meiner Seite von mir abwendet, weil sie ihre eigenen Wege zu gehen hat, ist da wie so ein großes Vakuum, was mache ich jetzt erstmal mit mir. Also, das zu lernen als Mann, und das hat für mich ganz viel mit Weiblichkeit zu tun, ist enorm wichtig und deswegen glaube ich, dass wir Männer ganz, ganz viel profitieren werden davon, wenn dieses Patriarchat so langsam aus unserem Denken herausgewaschen wird. Was ich jetzt, also das Bild, was ich auch gerade vor Augen dann habe, ist, dass einfach auf beiden Seiten so viel Verletzung ist und dass die ganze Zeit, also das typische Hurt people, Hurt people, dass einfach immer mehr versucht wird, den anderen zu verletzen, um die eigene Verletzung irgendwie nicht so stark zu spüren oder wie auch sich die ganze Zeit, als wären wir in so einem wahnsinnigen Kampf, miteinander. Du hast schon Versöhnung angesprochen. Was können wir tun, um wirklich in diese Versöhnung zu kommen? Also das Erste, was du gesagt hast, ist ja wirklich anerkennen, okay, Freunde, wir haben ein Problem, also lass uns mal wirklich dieses, lass uns mal, wie du gesagt hast, die Wunde aufschneiden, dass der Alter mal rauskommen kann, so eklig, wie es sich ja anhört, aber der Mut muss natürlich da sein, damit das überhaupt erstmal heilen kann. und ich glaube auch auf beiden Seiten, deswegen finde ich das ja auch so spannend, dass wir hier gerade miteinander sprechen, auf beiden Seiten auch in die Anerkennung zu gehen, dass von beiden Seiten eine gewisse Entmachtung des anderen Geschlechts oder der anderen Qualitäten da ist, durch diese Verachtung. Okay, dann wir gehen erstmal in die Versöhnung. Wie kann so eine Versöhnung beginnen? Also fängt das in einem Dialog an, fängt das in einem inneren Dialog an? Wie können wir anfangen, in diese Versöhnung zu gehen? Du hast vorhin was ganz, ganz Schönes gesagt, nämlich, dass du realisiert hast, dass das im Grunde genommen gar nicht du bist oder nicht du alleine bist, sondern dass Reihen von Frauen hinter dir stehen. Und für mich beginnt dieses ganze Thema Versöhnung damit zu realisieren, wenn Mann und Frau oder Mann und Mann und Frau und Frau, also das Buch richtet sich übrigens nicht nur an heterosexuellen, mit Paaren, auch an jenen Menschen. Also wenn wir zusammenkommen, wir sind auch immer Vertreter eines kollektiven Feldes. Das heißt, selbst wenn ich zum Beispiel als Mann denke, ich bin eigentlich immer ein Gentleman gewesen, ich war einmal freundlich und so weiter und so fort. Die Frau vor mir ist sehr wahrscheinlich durch das männliche Feld verletzt worden und sie trägt eine kollektive Wunde in sich. Und das Gespräch, was ich jetzt gerade mit ihr führe, kann zur Heilung beitragen oder es kann diese Wunde vertiefen. Also erst mal diese Dimension zu kriegen, finde ich ganz wichtig. Und dann, also für mich das aller, aller größte Vorbild für Versöhnungsarbeit ist die Arbeit von Desmond Tutu. Also ich meine, damals in Südafrika sind Horrorsachen passiert, wo jeder normale Mensch erst mal denkt, das ist never, never ist es möglich, das zu vergeben. Und dieses eigentlich so simpel in Anführungsstrichen Prinzip zu sagen, wir kommen zusammen und wir hören uns zu. Und wenn, wir hören uns zu und wir hören uns zu und wir hören uns zu und zuhören heißt eben nicht, ich warte, bis du fertig bist und dann sage ich dir, was du als falsch gemacht hast, sondern ich höre dir wirklich zu. Also, ich glaube, dass ich selbst nach 28 Jahren Beziehung Andrea immer noch zu wenig zuhöre. Weil ich denke, sie erklärt mir was und ich habe es verstanden und dann höre ich aufmerksam und dann merke ich, nein, sie nimmt mich jetzt gerade in eine Welt mit, die ich nicht kenne. Also ich bringe mir nur ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe lange Zeit, wenn wir Stresswettenbeziehungen, die Stimme hoben. Also nicht unbedingt gebrüllt, aber ich bin laut geworden in der Stimme und ich habe das lange Zeit einfach empfunden als ein Ausdruck von Lebendigkeit. Und ich musste Andrea zuhören, bis ich begriffen habe, hey, das löst Angst in ihr aus. Das löst Angst in ihr aus und ich verletze sie damit, egal was ich mir einrede. Also einfach zuhören, zuhören und erst wenn die andere Seite merkt, ich höre wirklich zu, wird sie auch anfangen, den Scheiß auszupacken. Also warum beten denn Frauen nicht über den Scheiß, zu denen sie in sich tragen, weil sie die Erfahrung machen, dass der Typ dann geht. Also entweder er knickt ein so nach dem Motto, oh, jetzt bin ich aber verletzt und jammert dann rum oder er geht einfach. Also sich dieses Geschenk zu machen und zu sagen, okay, ich will wirklich wissen, was da in dir ist. Ich will dein Licht sehen, aber ich will auch deine Abgründe sehen. ja, ich will hören, wo du verletzt worden bist. Und als Andrea und ich diesen Dialog angefangen haben, dann kamen zum Teil so archetypische Erfahrungen und Träume hoch, also wirklich von Hexenverbrennung, etc. Also wo wir natürlich nicht sagen können, ist ihr das wirklich selbst passiert, aber faktisch, sie ist eine Frau, also hat sie Kontakt zu diesem Feld. Und diese Beziehung hat die Aufgabe, das zu heilen. Zuhören, 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 zuhören. Für Frauen genauso gut. Ich glaube, dass Frauen so oberflächlich häufig urteilen über Männer, so ein ganz klares Bild davon haben, was ein Mann ist und ihm auch ganz oft gar nicht den Raum lassen, mal richtig zu kommen. Also der Klassiker ist ganz häufig, wenn wir so Beziehungsseminare machen, etc., dann sagt die Frau, ja, ich will wissen, was du. Ich will wissen, was du denkst und dann sagt der Mann, meistens am Anfang sagt der einfach nur, mir geht's gut, weil er mehr nicht zu greifen kriegt, nicht weil er nicht mehr ist, da ist total viel, aber er kriegt am Anfang, kriegt es einfach nicht zu greifen, weil er das nicht gelernt hat. Und dem Raum zu geben und dann mal zuzuhören, wenn ein Mann anfängt auszupacken, wie sie ihn verletzt, wenn die Frau an seiner Seite nicht mehr an ihn glaubt, wie sie ihn das stresst, wenn er auf eine Arbeit geht, wo er denkt, ich muss diesen Job ausfüllen, damit ich mein Kind ernähren kann, aber ich hasse diesen Job einfach und so weiter. Und also ich mache die Erfahrung, wann immer ich jemandem wirklich zuhöre und seine Geschichte, also seine Geschichte höre, ich habe noch nie erlebt, dass ich da nicht vergeben konnte. Also weißt du, selbst wenn jemand vor dir sitzt, der was ganz Schlimmes gemacht hat, wenn du hörst, wie seine Kindheit war, etc. und es geht ja nicht darum, das gut zu finden, aber wir müssen einander viel mehr zuhören, will ich einfach sagen. Danke fürs Teilen. Der Gedanke, der mir gerade kam, als ich dir zugehört habe, war, dass, auch wie du es beschrieben hast, dass dazu ja unglaublich viel Mut gehört. Also, was du ja gerade gesagt hast, weil irgendwie wissen wir, wenn ich jetzt wirklich wahrhaftig zuhöre und wirklich wahrhaftig diesen Raum gebe, kann es sein, dass da richtig viel Scheiß hochkommt, den ich vielleicht auf einer rationalen Ebene nicht hören will und vielleicht hören wir deswegen auch nicht wirklich zu, weil wir das intuitiv wissen, wenn ich diesen Raum gebe, dann kommt es. Und deswegen hier, ich würde da gerne einmal kurz ein bisschen tiefer reingehen, weil ich glaube, dass das so elementar wichtig ist. Wie kann ich als Zuhörer diesen Raum schaffen, ohne mich selber vielleicht dabei bedroht zu fühlen? Weißt du, was ich meine? Also, wie kann ich diesen Mut haben? Wie komme ich dahin, auch auf emotionaler Ebene dem anderen diesen Raum zu geben, auch ohne mich persönlich dadurch angegriffen zu fühlen? Weil häufig nehmen wir es ja dann doch irgendwie persönlich, vielleicht, was der oder die andere sagt. Das heißt, wie kriegen wir in uns diesen Raum hin, dass wir wirklich zuhören, ohne auch diese Angst zu haben oder die Angst dabei vielleicht auch wahrzunehmen? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen teilen, wie Andrea und du das vielleicht oder wie du es für dich machst. Ja, ich finde das eine ganz wichtige Frage, weil Wahrheit kann auch echt verletzen. Ja, also wenn du nicht vorbereitet bist und du kriegst dann Sachen zu hören, die du nicht verarbeiten kannst, das kann natürlich wehtun. für mich war so ein Aha-Effekt, als ich irgendwann realisiert habe, ich kann, wenn ich ein Coaching gebe, die dunkesten Sachen hören und bleib in der Liebe, bleib im Mitgefühl. Wenn meine Frau mir anfängt zu sagen, wo ich ihr die Knöpfe drücke oder was für eine Verachtung in ihr ist, fange ich an, persönlich zu nehmen. Und dann habe ich mir gefragt, was ist denn das eigentlich? Und ja, es ist ein Schalter. Es ist ein Schalter in uns, der sagt, okay, das, was ich jetzt höre, nehme ich persönlich. Und was wir daraus entwickelt haben und das hilft uns auch jetzt noch sehr, weil wir sind krass verschieden und wir sind auch echte Hitzköpfe, wir teilen wirklich Rollen ein. Das heißt, wenn zum Beispiel klar ist, okay, ich höre jetzt Andrea zu, wir machen das auch nicht zu lange, also maximal sage ich mal 20 Minuten, dann ist für mich klar, in der Zeit geht es einfach nicht um Fight. Es geht einfach nicht um Fight und ich bin in gewisser Weise, bin ich einfach ihr Zeuge. Das heißt nicht, dass es mich nicht dennoch manchmal triggert, aber es ist eine andere Art von Haltung. Es ist kein Gespräch, wo ich, sobald ich irgendwas höre, was mich triggert, interagiere. Nein, ich gebe einfach Raum, ich hütte den Raum und das bringt mich in eine Art von Zeugenbewusstsein, was mich eher nehmen lässt, verstehen lässt, was der andere mit mir teilt. Und nach diesen 20 Minuten ist erst mal Schluss. Also wir wechseln dann nicht gleich, weil die Gefahr besteht einfach, dass es eine Retourkutsche wird, sondern wir lassen das wirken, einen halben Tag oder einen Tag und dann ist der andere dran. Das hilft uns sehr. Danke fürs Teilen. Du hast vorhin auch gesagt, das fand ich ganz wichtig, dass es ja darum geht, quasi bei uns Frauen, dass wir häufig auch die Sorge haben, wenn wir uns öffnen, dass der Mann dann entweder sagt, sag mal, was ist bei dir jetzt gerade wieder los? Also, dass wir in diese überemotionale Ecke gestellt werden, die ja auch oft sehr verletzend ist. Also, wenn wir dann mal teilen, was uns irgendwie wichtig ist, dass es dann schnell so ist, jetzt bist du wieder so wahnsinnig emotional, dann würde ich ja auch glaube ich so, ich denke, das ist meine Natur. Weil das ja auch direkt so abwertend dann wieder ist. Und dann auf der anderen Seite diese Angst, wenn man sich dann so zeigt, dass man halt abgewertet wird oder dass der Mann geht. Oder jetzt auch, vielleicht wenn wir über gleichgeschlechtliche Rollen, Beziehungen sprechen, dass einer, der vielleicht eher in der anderen Energie ist, dann geht, um das alles zu integrieren. Wie können wir diese Angst vielleicht auch, oder wie kommen wir in diesen Dialog, weißt du, ohne diese Angst haben? Also jetzt wirklich, wenn wir konkret ein Beispiel nehmen von der Beziehung und wie kriegen wir diesen ersten Moment hin? Wie kriegen wir beide an den Tisch in einer in einer offenen Haltung? Also aus meiner Sicht, was Paaren ganz oft fehlt, ist eine Vision. Ja, also wenn ich, wenn ich mit dir eine Vision habe und wir reden jetzt viel vom Paaren, aber das für mich betrifft das jede Freundschaft, jedes Team etc. Wenn wir eine Vision haben, wo wir miteinander hinwollen und dann dann ist es das wert. Ja, so dann kann ich sagen, okay, auf dem Weg dahin muss das erhört werden. Es muss das gefühlt werden. Aber wir haben eine Vision. Eine Vision ist das Erste und zweitens, es braucht aber auch Regeln, es braucht eine Verlässlichkeit. Ja, also was wir zum Beispiel immer sagen ist, wenn ihr diesen Prozess anfangt, legt eine bestimmte Zeitspanne fest, mindestens drei Monate, indem diese Beziehung nicht in Frage gestellt wird. Punkt. Ja, ist okay, wenn einer mal sagt, boah, war jetzt fett, brauchst du mal eine Pause, aber nicht eine Pause, was aus meiner Sicht besonders Männer gerne machen, so nach dem Motto, oh, ich ziehe mich jetzt erstmal für ein Jahr zurück und salbe meine Wunden, sondern Taktpause. und dann muss das natürlich angetestet werden. Ja, es muss angetestet werden, weil nochmal, also ich glaube, uns ist gar nicht bewusst, wie sehr unsere gesamte Atmosphäre noch von Angst geprägt ist. Ja, wie bei uns gerade ganz spannend, unsere Tochter ist zu Hause, Leona ist bei uns wegen Lockdown, normalerweise ist sie in Berlin, jetzt ist sie seit drei Monaten bei uns und das ist so wie, als wenn sie gerade nochmal die Beziehung mit mir nochmal neu erfährt und heilt und sich daran trainiert, nicht mehr als ein Mädchen, sondern als eine Frau vor mir zu stehen, mir unangenehme Sachen zu sagen und sie trainiert sich zum Beispiel gerade daran, wenn sie mit mir spricht und einer Ansage macht, die Stimme tiefer werden zu lassen, also sie rutscht, also es ist wie ein Reflex in mir, es ist so eine powervolle Frau, es rutscht hoch und dann wird die Stimme so ein bisschen netter, so nach dem Motto, tu mir nicht weh, also das, was ich jetzt sage, ist unangenehm, tu mir nicht weh und dann kommt sie dann, einen Moment später kommt sie nochmal und sagt, ich sag's jetzt nochmal und ich glaube, dass wir gar nicht wissen, wie lebendig, wie unbequem im positiven Sinne Frauen sind, wenn sie sich wirklich von der Leine lassen und an alle Männer, die das jetzt gerade hören, ich sage nicht, dass mir das immer gelingt, aber wir sind solche Weicheier ganz häufig, ja, wir sagen der Frau, ey, ich liebe dich, aber wenn sie dann mal auspackt, wenn sie ihre Kali auspackt, also wie schnell ist dein Mann, mal ganz ehrlich, viel emotionaler als die Frau, viel betroffener als die Frau, viel mehr, oh, du hast mich verletzt, anstatt zu sagen, Baby, das wollte ich, ja, das wollte ich und das ist quasi mein Ritterschlag, dass du das mir gegenüber auspackst und nicht irgendeinem anderen gegenüber, also eine Vision ist ganz wichtig und Verlässlichkeit, weil mal ganz ehrlich, warum soll ich als Frau oder auch als Mann, warum soll ich mich dir gegenüber outen, wenn ich weiß, die Beziehung kann jetzt gleich auseinanderknallen, ja. Danke für das Teilen, ich finde, das ist auch ein schönes Bild, also gerade auch aus beiden Perspektiven ja letztlich, das eher als diese höchste Ehrung oder als Zeichen der Liebe zu sehen, wenn sich jemand wirklich öffnet, weil das ja, das bedeutet, der oder die andere fühlt sich wirklich sicher, sich vollkommen zeigen zu können, das finde ich sehr, das ist, das ist schön. Ja, das ist, guck mal, ich sage mal, wenn Männer zu mir kommen und sich beschweren, dann sage ich immer, du solltest es feiern, du solltest unruhig werden, wenn es dir anfängt, jemand anderen gegenüber so gemeint zu werden, ja. Und andersrum genauso, ich, weißt du, wenn du, wenn du als Frau zu deinem Mann immer wieder sagst, hey, Schatz, lass uns immer ehrlich sein und dann kommt der Typ und fängt dir an zu erzählen, und dass er halt doch sexuelle Fantasie mit anderen Frauen hat und du haust ihn dafür voll eins rein und damit meine ich nicht, deinen Schmerz zu unterdrücken, wenn es wehtut, tut es weh, aber auch das anzuerkennen, ja, hey, der Typ steht vor dir, anstatt rauszugehen und sich heimlich Pornos anzugucken oder fremdzugehen, bringt er diese unbequeme Wahrheit in diese Beziehung mit rein, das ist ein Riesenschritt. Total. Ich habe noch eine Frage, um es nochmal wirklich, weil ich möchte so gerne den Leuten, die jetzt gerade zuhören, auch so wie so die Tools geben, wie sie jetzt selber auch anfangen können, da in diese Versöhnung zu gehen. Kann einer der ersten Schritte auch sein, für sich selber in die, wirklich mal so in die Selbstreflexion zu gehen, vielleicht hast du da auch ein Tool oder irgendeine gute Frage, die man sich vielleicht stellen kann, also im Groben quasi, wie denke ich wirklich über Männer, wie denke ich wirklich über Frauen, und wie kommen wir dahin auch, weil jetzt nur als Beispiel aus meiner Perspektive, ich habe das immer so wabern gefühlt bei mir, also es war immer so, ich habe schon immer gemerkt, ja irgendwas, irgendwas ist da nicht so ganz richtig, quasi, also es ist nicht in Harmonie, sondern es war immer so ein bisschen so dieser Kampf und dieses Ich gegen die Welt. Aber es war halt der Modus, in dem ich in meinem Leben unterwegs war, ich habe es ja so gelernt, das haben mir ja alle Frauen so vorgelebt und also für mich dann auch da wirklich ehrlich in meine blinden Flecken auch anzugucken, also diese, ich hatte Hilfe, ich habe mir, ich habe eine wundervolle Mentorin, die mir auch dabei geholfen hat, da wirklich hinter meine eigenen Kulissen zu gucken, aber wie können wir anfangen, diese blinden Punkte da wirklich ehrlich hinzuschauen und auch den Mut zu haben, bei sich ehrlich hinzuschauen und zu sagen, ja stimmt, wenn ich ehrlich bin, denke ich über Männer, wenn ich ehrlich bin, denke ich über das Frausein, also wie kommen wir da vielleicht auch, wie kann jeder damit für sich selber auch anfangen, wenn man jetzt aufhört, wenn der Podcast nachher vorbei ist, sich zu sagen, ich setze mich jetzt mal hin und ich mache mal diese innere Akquise, nee, Akquise ist das falsche Wort, du weißt, was ich meine, also diese Inventuranalyse, ja. Ja, also der, der finde ich radikalste Weg und der einfachste liegt daran, dir einfach anzuschauen, was du erlebst und mal den Schluss umzudrehen und zu sagen, alles, was ich sehe, was ich wahrnehme als grundsätzliche Muster meiner Realität, die sich auch wiederholen, sind nicht wirklich so da draußen, sondern ich sehe sie so, weil ich das so glaube, ja. So, das heißt, wenn ich wahrnehme, dass ich, keine Ahnung, von Männern immer wieder im Stich gelassen werde, mal von dem Punkt zu kommen, nee, das sind gar nicht die Männer, sondern ich glaube das so. Ich glaube das so und weil ich das so glaube, ziehe ich sehr wahrscheinlich schon mal mehr in einem ganz bestimmten Typus vom Mann an und zweitens, selbst wenn ein Mann vor mir steht, der total zuverlässig ist, wenn dieser Glaubenssatz tief in mir drin wirkt, ich werde Kraft meiner weiblichen Verfügungskunst, ich werde den Typen dazu kriegen, dass er mir wieder beweist, dass ich richtig bin. Also wirklich zu sagen, alles, was mir passiert, ist ein Ausdruck meiner Glaubenssätze und das ist, das ist eine krasse Nummer, ja, weil unser Gehirn erzählt uns ja die ganze Zeit, hey, ich habe ja die, ich habe die Beweise, dass es so ist, ja, also ich habe die Beweise, ja, so zum Beispiel, wenn ich, wenn ich irgendwas über Frauen schreibe auf Instagram etc., du kannst darauf warten, Minuten später ist der Post voll von Statements von Frauen, die sagen, oh, Veit, das ist so schön, gäbe es nur noch mehr Männer, bap, da ist es, ja, so, du, du gehst davon aus, dass es diese Männer nicht gibt, ja, so, wie kannst du die dann finden und andersrum genauso, also, also, hey, was, wie erlebe ich denn Frauen und dann mal daraus wirklich die Glaubenssätze aufschreiben und das wird krass am Selbstbild rütteln, besonders diejenigen unter uns, die hohe spirituelle Ideale haben und der Meinung sind, dass sie alle Menschen gleich sehen und immer ganz offen sind, das ist aus meiner Sicht Bullshit, ja. Danke fürs Teilen, ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, weil es einen eben gleichzeitig auch so in die, wieder in die eigene Power zurückbringt, ne, dass man wirklich sagt, okay, vielleicht hat es irgendwas mit mir zu tun, aber nicht im negativen Sinne, überhaupt nicht auch sich da selber keine Vorwürfe zuzumachen, sondern eher zu sagen, ich hatte mal so ein tolles Interview mit Elizabeth Gilbert und wo sie immer meinte, I just say interesting und ich dachte, ja, genau so mit dieser Haltung so einfach auch auf die eigenen Glaubenssätze zu kommen und zu sagen, interessant, wo habe ich den eigentlich mit, wo habe ich den eigentlich eingekauft, ja, von wem habe ich den übernommen und dass es eben auch überhaupt nicht schlimm ist, sondern du bist so, ich bin so, wir alle haben diesen Blueprint und dann ist eben die Frage, funktioniert der Blueprint und das fand ich eben auch so schön vorhin, als du über die Vision gesprochen hast, weil das schließt vielleicht auch nochmal ganz schön den Kreis zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast mit den Feuern, die brennen auf der Welt, dass ich glaube, natürlich brauchen wir alle diese Vision in unseren Beziehungen, aber ich glaube, wir brauchen ja auch diese Vision für uns als Gemeinschaft, als Gesellschaft, als Erde, als Menschheit, wer wir sein wollen in dieser Spezies Menschheit, wollen wir uns in unserer Männlichkeit, in unserer Weiblichkeit zu dem höchsten Empor heben, ich meine, was für eine Welt, also wirklich, wenn wir uns das mal wirklich kurz vorstellen, was dann entstehen würde, das ist ja mindblowing letztlich, und ich glaube, wenn wir uns an dieser Vision festhalten und dann wiederum sehen, dass das wieder bei jedem Einzelnen zu Hause im eigenen Herz anfängt, dann ist das ganz schön powerful. Ja, und das ist für mich, da schließt sich dann auch der Kreis zu der Frage, wie kriegen wir Frauen, Männer vielmehr in dieses Gespräch mit rein. Schau, solange ich als Mann das Gefühl habe, also eigentlich bin ich der Prügelknabe und ich soll hier nur an den Tisch treten, um meine Privilegien abzutreten und so weiter, das ist, wer von uns, mal ganz ehrlich, fühlt sich durch so eine Vision motiviert, ja, so, ja, wir werden Privilegien abtreten müssen, ja, wir werden uns unseren Shit anschauen müssen, aber wofür, ja, und das ist was, was mir persönlich im Augenblick noch in vielen feministischen Diskussionen fehlt, ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklungsstufe, also der Shit muss raus, Punkt, aber dann, okay, wo wollen wir denn hin von hier aus, ja, und was ist das Bild, was sowohl die Augen einer Frau, aber auch die Augen eines Mannes wirklich leuchten lassen, sodass er sagt, okay, dafür bin ich bereit, mich hinzusetzen und mir das Ganze anzuhören und vor allen Dingen auch zu fühlen. Superschön. Ich finde, das ist ein schönes Bild, was wir zum Schluss einfach auch noch mitgeben können. Ich habe noch eine, beziehungsweise zwei Abschlussfragen, die ich allen meinen Gästen immer stelle im Podcast. Die erste Frage ist, weil meine Vision auch so ein bisschen ist, das Thema Spiritualität, diesen Staub wegzumachen und dieses, dass keiner eigentlich weiß, was ist es eigentlich, was bedeutet für dich Spiritualität? Ich sage es erst mal, was es definitiv nicht ist. Es bedeutet für mich nicht, an irgendeinem religiösen Glauben festhalten zu müssen. Es bedeutet für mich nicht, Feen sehen zu müssen oder Engel, sondern Spiritualität bedeutet für mich, anzuerkennen, dass ich ein geistiges Wesen bin in einem menschlichen Körper und dass ich mir die Frage, wer bin ich wirklich, sehr wahrscheinlich bis zum letzten Atemzug wieder und wieder noch mutiger, noch radikaler beantworte. Also wirklich immer wieder neu sich der Frage zu stellen, wer bin ich, wo komme ich her und wofür bin ich, wofür bin ich, wofür existiere ich? Und ich mag diese Definition sehr, weil die ermöglicht mir zum Beispiel, mich mit einem krassen Atheisten hinzusetzen, weil der stellt sich diese Fragen sehr wahrscheinlich genauso wie ich und wir beide können unsere spirituelle Intelligenz entwickeln. Total schön, danke dir. Und die andere Frage ist, stell dir vor, du lebst ein absolut erfülltes Leben, du wirst noch ganz, ganz alt, du wirst noch ganz viele Bücher schreiben, ganz viele Menschen erreichen und dann ist der letzte Tag deines Lebens und ich würde zu dir kommen und würde zu dir sagen, Fein, es tut mir total leid, es gab ein technisches Problem, es wurde alles gelöscht, deine Bücher sind weg, deine Kurse sind weg, es ist alles weg, dein Podcast ist weg und ich würde aber zu dir sagen, Good News sind, ich habe hier ein weißes Blatt Papier und einen Stift und du kannst jetzt auf dieses weiße Blatt Papier drei Weisheiten schreiben, wenn sonst nichts von all dem, was du jemals in die Welt gebracht hast, noch da wäre. Was wären drei Dinge, von denen du dir aus tiefstem Herzen wünschen würdest, dass es die Menschen wissen, dass sie sich daran erinnern können? Was wären deine drei Weisheiten, die du der Welt hinterlassen würdest? Du stirbst, beginne zu leben. Es gibt ein Licht in dir, es gibt ein Licht in dir und bring es raus, bring wirklich das Licht raus und zwar jetzt. und drittens, lerne dich und die Welt mit milden Augen zu sehen. Total schön. Das ist für mich gerade total krass, weil ich stelle mir morgens immer in meiner Meditation die Frage, also nach oben oder wo auch immer hin, wie darf ich heute sein? Und heute war es so, sei einfach milde. Und ich war so, okay. Deswegen ist es gerade so, okay. Dankeschön fürs Teilen. Vielen, vielen Dank. Erzähl nochmal ganz kurz für alle Menschen, die dein Buch lesen wollen. Genesis, du sagst Genesis, Genesis, die Befreiung der Geschlechter, ist wahrscheinlich überall erhaltbar, wo man Bücher kaufen kann. Es gibt wahrscheinlich ein Hörbuch, vielleicht magst du nochmal ganz kurz erzählen. Wie komme ich an dein Buch? Genau. Also ich kann natürlich jetzt gerade nicht sagen, ob der Buchladen bei dir um die Ecke offen hat, weil das ist kompliziert, aber es gibt es überall. Es gibt es auch als Hörbuch von mir gesprochen. Es gibt es als Kindle. Und ich glaube, ich bin immer so schlecht in Daten. Es gibt jetzt, glaube ich, genau in zwei oder drei Tagen einfach mal auf unserer Seite humodea.com gibt es einen Workshop, also wo ich nochmal online so für drei, vier Stunden wirklich so ganz bestimmte Prinzipien tiefer eingehe, der für alle Leser und Leserinnen des Buches ist. Perfekt. Ja. Und ich würde mich freuen, also ich weiß nicht, ob auch und wie viele Männer deinen Podcast hören, aber also alle Männer, die das jetzt gerade hören, also mir ist ein ganz, ganz großes Anliegen, uns viel, viel schöner, mutiger, begeisterter an diesen Tisch der Evolution zu bekommen. Und ich würde mich ganz doll freuen, wenn ihr das Buch auch lest. So schön. Ihr findet auf jeden Fall alle, alle Links in den Shownotes. Holt euch das Buch, lest es, lasst uns da gemeinsam im Kollektiv eine neue Vision erschaffen für das Männliche und das Weibliche, weil ich glaube, nur so kriegen wir die Probleme gelöst, die wir haben. Alles andere ist eine Illusion. Also danke auch dafür, dass du dieses Buch geschrieben hast und da beide Seiten liebevoll wachrüttelst, mit ganz viel Klarheit. Und alle Links zu Veit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und danke von Herzen für all die Arbeit, die du machst. Danke für all das, was du rausbringst. Danke auch für deine wahnsinnig authentische und so klare Art, wie du natürlich auch in dieser ganzen spirituellen Welt da immer mal so, ja, es mit deinen eigenen Worten einfach sehr klar auf den Punkt bringst. Danke auch dafür. Und genau, für alle Menschen, die mit dir in Kontakt kommen möchten, die mehr über deine Arbeit erfahren möchten, findet ihr alles in den Shownotes. Danke für dein Sein, danke für das tolle Gespräch und ich freue mich auf alles, was uns in Zukunft noch verbinden wird. Ja, ich danke dir ganz doll für die schönen Fragen und dass du dir gerade jetzt in dieser besonderen Zeit deines Lebens nochmal Zeit genommen hast und ich wünsche euch eine so wundervolle, sanfte Geburt und diese zauberhafte Zeit danach, ja. Ich hoffe sehr, dass du jetzt ganz inspiriert aus dieser Folge hinausgehst und ja, für dich auch nochmal vielleicht schaust, wo kannst du Frieden bringen in das Männliche, in das Weibliche, auch in dir selbst, wie kannst du beginnen, hier Frieden mit dir zu schließen und ein Riesentipp, den ich da für dich habe, ist mein Vergebungskurs Löwenherz, die geheime Kraft der Vergebung, wo es auch darum geht, in dem zweiten und dritten Modul der Mutter zu vergeben und dem Vater zu vergeben und damit auch dem weiblichen und dem männlichen zu vergeben und im ersten Modul geht es darum, dir selbst zu vergeben und die geheime Kraft der Vergebung ist der Online-Kurs, wo es wirklich darum geht, zu lernen, Frieden zu schließen in dir selbst, mit deiner Vergangenheit, mit allem, was war und eben gerade auch mit dem männlichen und dem weiblichen und die Infos zu Löwenherz findest du natürlich auch unten in den Shownotes, wenn du da wirklich lernen möchtest, aufzuräumen und tief zu gehen. Es ist ein wunderschöner Kurs, wo über 15.000 Menschen schon daran teilgenommen haben und die Geschichten sind so inspirierend von wirklich allen Teilnehmern, was diese Vergebungsarbeit im Leben verändert, denn zu vergeben bedeutet, dass du dir deine eigene Power wieder zurückholst, dass du deine Vergangenheit nicht länger deine Zukunft beeinflussen lässt und dass du wieder in Liebe und Freude und Leichtigkeit durch dein Leben gehen kannst. Also, wenn dich das interessiert, schau vorbei und den Link dazu findest du in den Shownotes und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ich freue mich natürlich, wenn du bei Instagram at lauramalinaseiler mir auch deine Gedanken dalässt. Schicke dir jetzt eine große Umarmung und ja, es ist einfach so schön, dass es dich gibt. Pass auf dich auf. Rock on und Namaste. Deine Laura.